Erinnerst du dich noch an deine Einschulung? Erstklässler bekommen eine Schultüte, randvoll mit Süßigkeiten. Und Erstsemester? Wer denkt an die? Die bekommen auch etwas. Eine eigene offizielle E-Mail-Adresse. vorname.nachname at fachbunigiesen.de Kann man nicht anfassen, kann man nicht aufessen, bekommt man aber auch keine Bauchschmerzen von. Und sie hält länger. Ein ganzes Studium lang. Aber halt, Finn hat doch schon partytyp24 at blabla.de Und Anna hat doch schon anypennyatirgendwas.com Wofür brauchen die dann noch eine E-Mail-Adresse? Ganz einfach. Für alles Offizielle an der JLU. Wenn ihr zum Beispiel einem Dozenten schreibt, der weiß sonst vielleicht gar nicht, wer ihr seid. Bevor wir loslegen, ich habe gestern noch eine E-Mail bekommen. Äh, ernischnuckel97. Könnten Sie mal kurz... Ihr könnt über diese Adresse zum Beispiel auch kostenlos Software zur Literaturverwaltung lizenzieren. Und hierhin bekommt ihr wichtige E-Mails der Universitätsbibliothek, des Studierendensekretariats, der Fachbereiche oder die Bestätigung für eure Prüfungsanmeldungen. Schaut also regelmäßig rein. Sonst verpasst ihr vielleicht, dass ihr euch aus Versehen abgemeldet habt. Mit ein bisschen Pech kann so etwas das ganze Studium umschmeißen. Abrufen könnt ihr die Uni-E-Mails über Webmail oder über euer normales E-Mail-Programm. Parallel zu eurem privaten Konto. Denn wofür ist deine Uni-Adresse nicht? Na, für alles Private. Denn mit der Ex-Matrikulation erlischt auch diese Adresse. Eure Freunde könnt ihr dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr erreichen. Also, offizielle Dinge, JLU-Adresse, private Dinge, private E-Mail-Adresse. Noch Fragen? Freuen wir uns drüber. Schreib an support-at-hrz.uni-gießen.de Und zwar von welcher Adresse? Hm?